Das Pupsbärchen hat er bei sich im Team. Das hat er ja schon gewonnen. Der ist echt cool. Der ist so super drauf. Ich habe mich so gut mit dem auch unterhalten. Und ja, dann hat er gefragt, ob ich hier mit dem Platon mit reinkomme. Und vielleicht auch so ein paar Fun Warstel und vielleicht auch irgendwann mal mitmache. Und also wenn wir dann genügend ordentliche Leute haben, ist auch dir klar. Und jetzt hat er mich erstmal in das Platon eingeladen, mit mir rein. Und mal sehen, was da jetzt noch kommt. Kann mal gucken. So, wollen wir mal... ...weil's... ...hat jemand ein bisschen versauen hier. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Oh, ihr guckt jetzt mal an. Der spielt ja nur gegen Loops. Das ist... Gleich nicht mehr, gleich nicht mehr. Das Pupsbärchen hat er bei sich im Team. Du hast doch hier schon gewonnen. Hahaha. Was ist sowas von, ey? Boah, jetzt kriege ich hier wieder gar nichts geschissen, ey. Echt. Da merkt man zu oft mit dem Metro gespielt, ey. Wird eine ganz beschissene Runde für mich. Aber... Sie kämpfen mich dadurch. Sie kämpfen mich dadurch. Ich hab. Ich hab. Sie kämpfen mich. Ich bin jetzt nicht mehr. Sie kämpfen mich. Vielen Dank.